dieser drache ist ein glücksspiel muss ich ja leider leider so sagen mal alle projekte schweiler und das ist ein augen ja tempel gehen und respektieren und gehen Okay, das war auch nicht gut Ich schaff das noch Irgendwie And now the fun begins Verm I will protect my last end of the Okay, wenn du dich da hinstellst, ist das okay Wenn du das machst, finde ich das wiederum nicht okay At once Ich hatte den Kampf einfach in Erinnerung So, darf ich jetzt bitte Nein, darf ich nicht Und alle wieder tot Das kann eine Weile dauern Aber wir lassen uns hier nicht unterkriegen At once And now the fun Verm I will protect end of the sky Okay, das ist nicht gut, dass er So früh geht er Aufstehen kann Du uns wirf eine Flammensäule drauf Oh, Itumak hält sich Hab nichts gesagt Kannst du mal hören ständig die Leute zu Betäuben Nicht in der Schussbahn stehen Dann ist die Heel Betäubung mag ich überhaupt nicht. Aber solange die beiden nur betäubt werden und er keinen Atem macht, bin ich gerade zufrieden. Nochmal das drauf. Das ist anstrengend gerade. Das ist richtig anstrengend gerade irgendwie. Ich bin hier. Stand still! My thoughts were done. Okay, haben wir noch irgendeine Heilung? Okay, er ist langsam den Tode nah. Ah ne, er hat einen Blitz, kann er vorher einen Blitz haben. Blitz. Säule. Blitz. 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 Was für ein Kampf. Ich habe mich um den Drachen und den Jungs gekümmert. Das ist jetzt wieder sicher für Helias Gläubige. Gehäa ist vielleicht bereit, mit dem Ausschuss meine Hilfe einen Gefallen zu erweisen. Ich kann den Tier Evron zu ihr beten. Gut, alle aufstehen. Flugdrachen und jede Menge Drachenfleisch. Uhr Wasser und Uhr Wind. Oh, ein Kriegshammer. Ein Willensbrecher und jede Menge Hildsteinchen. Ja, was soll ich sagen? Eine wirkliche andere Wahl hat sie uns nicht gelassen. Ich meine, sie hat hier alle getötet. Drei macht. Ich trage schon zwei Ringe. Entschlossenheit. Ja, zweite Chance. Die sollte ich nicht ablegen. Sie hat jetzt eine Macht von 15. Hat immer noch eine Macht von 15. Okay. Dann müssen wir den Ring wohl eher an Ideen geben. Weil sie hat schon was, was Macht gibt. Ich bin bereit. Palygina, hast du was zu diesem Ort gesagt? Nö. Kana, hast du was zu diesem Ort zu sagen? Äh, sprechen würde ich mit dir? Was weißt du über den Ort? Kein Problem, ich werde ein paar Notizen machen. Okay, über diesen Ort weiß er auch nichts. Gut. Ich meine, auch wenn man sein Kind beschützen will, kann man nicht einfach einen ganzen Tempel abfackeln. Das geht einfach nicht. Okay. Durenz, do you take anything seriously? Is the entire world just a setup for your idiotic punchlines? The world is the punchline, Birdwoman. In all its weakness. Would you kill the messenger? If he were as annoying as you, I'd consider it. Wie nett die doch sind. Palygina fragt, Durenz, gibt es irgendwas, das du ernst nimmst, oder ist dir die gesamte Welt nur eine Kulisse für deine idiotischen Poernten? Die Welt ist die puernte Vogelfrau. In all ihrer Schwäche würdest du den Booten töten, wegen der schlechten Nachricht, die er ja überbringt? Wenn er so Nervlöden wäre wie du, würde ich darüber nachdenken. Also ja, sie würde ihn töten. Und wenn blick dich erwartungsvoll an, wir haben dich den Berg hinauf gesehen, nun, was ist geschehen? Kasphard lehnt sich vor. Sie will sagen, dass wir beide sehr erleichtert sind, dich in Sicherheit zu wissen. Ja, natürlich, das auch. Sie winkt ungeduldig ab. Ja, natürlich, das auch. Der Drache und sein Junge sind tot. Ich kreise die Sky-Mutter und danke dir auch. Ich habe dir gesagt, dass ein Attack der Weg gehen wäre. Gelobt sei die Himmelsmutter und auch dir sei Dank, Mensch. Ich sehe Kasphard auf den Rücken. Ich sage doch, wir müssen angreifen. Und die Königin der Vögel hat uns in ihrer Weisheit mit einem fähigen Krieger gesegnet. Und der Tod war. Er liegt hier zum Verschrittieren. Es ist ein Jammer, dass ein solch seltener Meister der Lüfte sterben musste. Als geflügelte Leben ist unserer Göttin heilig. Aber dennoch ist es besser, dass wir Hylia von nun an wieder im Nest huldigen können. Danke, ohne anmaßend wirken zu wollen, aber du solltest zu Hylia beten, wenn du Evron besuchst. Sie zeigt sich ihm gegenüber dankbar, der ihr hilft. So, das heißt, er möchte gern Hylia schreien oder Hylia schreien, wie ich ihn immer nenne. 7000 Kupferpantor, wie nett ist jetzt leer. Dann gehen wir nochmal nach da oben und gucken mal, ob die beiden jetzt dort sind und wie es ihnen da so geht. Und ob noch mehr von ihren Leuten zurückgekehrt sind. Oh, da liegt sogar noch was rum.